h hinzu und kommt zu einem kleinen Info-Video also das mit dem Spiel bei dem Spiel erhöht ihr eure Chance zu gewinnen wenn jetzt unter dem Video auch noch mal mehrere positive positive Kommentare drunter schreibt und falls ihr euch fragt warum die ganze Zeit als warum jetzt die Tage kein Video kam ich war halt weg als ich war weg mit meinen Eltern oder halt mit meiner Familie und darum kann es halt keine Videos war das alles und unter das Video und halt das mit dem Gewinnspiel müsst ihr einen Kommentar schreiben und halt zu gewinnen oder wenn ihr kommentar unter das Video schreibt erhöht sich die Chance zu gewinnen und das Gewinnspiel wird übermorgen aufgelöst also ja ich wünsche euch ein vieles Glück noch mal und vergesst nicht die Kommentare zu schreiben